Jo, Hallöchen ihr da draußen und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder 5 Dinge für euch, die man nicht sagt und zwar im Kino. Natürlich bin ich noch nicht volljährig. Ich wollte nur schauen, ob sie es kapieren. Dann gehe ich bitte einmal in Biene Maya. Ich hätte dann ganz gerne ein großes Popcorn, salzig. Ach, das kostet ja nur 5 Euro. Dann nehme ich noch ein Ben & Cherries dazu und eine große Cola. Und wie viel sind wir dann? 20 Euro? Das ist ja günstig. Dann packen sie noch ein zweites Ben & Cherries drauf. Bei den Sonderpreisen, das ist ja so günstig hier im Kino. Was? Die Werbung ist schon vorbei. Die ging gerade mal 15 Minuten. Ich will verdammt nochmal mein Geld zurück. Nur 15 Minuten Werbung, was soll das? Sie da hinten, können Sie bitte ein bisschen lauter reden. Ich verstehe noch so viel vom Film, aber Ihr Gespräch ist deutlich interessanter. Entschuldigen Sie, könnten Sie Ihr Handylicht bitte ein bisschen heller machen? Das ist so dunkel, das blendet mich noch nicht. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Denkt immer dran, wer die Kopfhänge lässt, schleift im Dreck. Immer maximal denken. Ich bin raus für heute. Bis dann und ciao.